Ja, jetzt musst du schon ein bisschen langsam sammeln. Das ist es. Jetzt musst du wirklich schon mal langsam ein bisschen sammeln. Das ist es. Sonst kommst du nicht weit. Ja, wieder das mit dem Blutschwert, weil wir die eine Tante besiegt haben. Safe, safe. Tränke. Oh, na immerhin. Jetzt kann ich den hab, aber wenigstens komplett fertig machen. Das ist ja wenigstens schon mal etwas. Wir könnten aber auch natürlich dann auch die anderen Tränke auch mal ausprobieren. Wie die so drauf sind. Ist es gut, ist es nicht so gut? Werden wir im Endeffekt dann eh herausfinden. Wieder ein Schlüssel? Nein, 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 nein. Wo was für ein Schlüssel? Ich glaube, das muss einfach gleich wieder der gleiche Schlüssel sein wie mit dem Lift. Kann das sein? Könnte schon gut möglich sein. Richtig schön am Arsch. Richtig schön am Arsch der Gegner. Bis es danach ist. Ey, 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 ey. Sehen Sie, man kann auch abübel die 10-Schesssicke. Aber wie? Aber wie? Aber wie? Da, komm her. Und Schess. Oh, leider war der Scheissdrick im Weg. Leider, weil sonst wär's sicher geil gewesen. Mhm. Mhm. Die Sette hat das sicher richtig gut ausgeschaut. Ah, stell dir ein Wort schon. Super. Kriege ich von dir ruhig? Das wär eigentlich super. Ich beginne jetzt schon gut. Ja, den haben sie jetzt nicht gut ohne Grund mit der Ruhephase davor präziert. Safe. Den haben sie nicht ohne Grund da platziert. Safe, Leute. Ja, aber jetzt hab ich grad nicht hingeschaut. Schesse. Jetzt hab ich leider grad nicht hingeschaut. Eieieieieiei. Jetzt hab ich leider grad nicht hingeschaut gescheit. Zum Gegner. Fuck. Ja, wirst. Auf und alles. Aber kommt wenigstens was zusammen. Ich bin gespannt eh auch. Bring ein Stunzel. Ich glaub was werden. Ja, genau der letzte Angriff war abfacht. Mhm. Da kommt jetzt der Stärkere. Ah, sicher, Zaubermoll, lieber Heilung. Ja, ja, ja. Sicher, sicher. Sicher, sicher. Da kommt jetzt meine Heilung für den Safe. Der ist gut. Den haben wir nicht nur mit euch rausgelegt. Er hat sie. Der hat nein, er hat nein einmal die Chance gehabt sich zu wehren. Der Hund, Alter. lieber heilung ja sicher 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 weg besser gesagt wenn er mal seine phase hat wo er mir richtig schön eine gibt kann ich aber auch nicht gescheit kommt er mehr ist mir aufgefallen ist mir voll aufgefallen kann ich vielleicht maximal mich schleichen benutze meine spezialfähigkeit und ich bin der trottel das ist auch ein wahnsinn im game aber das war aber das klappt das war jetzt echt knapp ach du scheiße Schliessl! Ah, Zwielingsschwert! Eieieie! Ja, na gut, dann halt nicht. Oh, der Klingel, die Bauten. Ah, der Schark ist im Ort. Sicher, sicher heil. Also, kann ich auch nicht. Fuck. Oh, ho, 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 ho! Das ist aber eher so dieses, du hast einmal im Leben Glück gehabt. Sonst wird dir nur ins Gesicht gespuckt. Die PS4D ist jetzt hier. Normalerweise, Alter, no, 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 no. So, kann ich nicht schießen gehen normalerweise. Normalerweise kann ich nicht schießen gehen. Normalerweise kann ich nicht schießen gehen. Wie geht das mal mit diesen scheiß verpunsten Gegner? Das ist der einzige Gegner teilweise auch, der was mir... Der was mir immer gibt. Der gibt mir immer. Der gibt mir immer Vollgas. Oh. Okay, da bin ich wenigstens schonmal beim Leaf. Das ist gut. So, und jetzt kommst du her. Okay, das ist ja. Komplett abfakt. Das ist ja nicht herunfuchtelreich, sagst du. Weißt du, was ich heute jetzt machen werde? Ich hab's genau gewusst, ich hab's genau gewusst. Oh, geil. Ist er... Ach so, das ist wieder. Eieieiei. Aber den noch passt. Das war's mir wert. Das war's mir wert, Alter. Ich hab mir noch Schnee gegönnt. Ich hab mir noch Schnee gegönnt. Digga. Aber so richtig schön. Schnell noch Schlüssel auf den Gegner drauf geschissen. Als Geschissene, ich muss trotzdem noch mal aufbauen. Ich muss jetzt noch mal aufbauen. Also, bleibt mir nichts übrig. Aber dafür kann ich wirklich nichts mehr aufbauen. Das geht, glaube ich. Das ist gleich instant aufbauen. Wenn ich's unterbauen würde ich auch mal wieder bei einem Schaden lösen könne. Immerhin. 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 ministre. Ist — Wenn du ihn nicht gehst, hab ich dir sofort. Ine ich schön Meat Jerk- ... Aber ja... Ine ich werde dir indigener. Schzauch, weil du doch compliant. Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist ja sehr frechert von mir, das ist ja wirklich sehr frechert, das geht nicht. Aber der Bibliotheksaufzug, ich hätte mir jetzt eigentlich gedacht gehabt, das wäre sogar der jetzt. Wir machen jetzt mal alle Neuer, weil wir hatten ja den ganzen Weg bis zur Tee. Dann haben wir mal einen Trank, die scheiß Hexe ist auch weg, das ist auch sehr, sehr guter Vorteil jetzt, womit wir den Schildtypen so richtig schön eine geben können. Das einzige, was vielleicht sein kann und was abpacken kann, ist der Bugenschütze. Ah, den hast du auch relativ schnell erledigt, also so ist es jetzt auch wieder nicht. Ja, den hast du richtig schnell erledigt, das ist ja nichts. Ja, danke schön, danke schön, dass du so engagiert bist, um mich zu ficken. War echt motiviert der Wichser. Der Wichser war echt, echt motiviert. Das ist ja Wahnsinn, Alter. Jetzt habe ich den Schlüssel lockiert, kommt noch immerhin. Aber echt schnell eine Ladezeit. Ladezeitentechnisch wirklich der. Wird wahrscheinlich aber das Item sein, was wir vielleicht dezent brauchen werden. Und dann werde ich gefragt. Vielleicht. Aber derweil hätten wir da noch keinen Kandidaten gehabt mit dem nächsten Schlüssel. Ach, da ist eh schon gekriegt. Ja, dann gib ihm. Ja, der hätte sich vielleicht auch dezent ja vielleicht ja werden können, oder? Dezent. Dezent mit Z. Da geht's noch nicht. Ich habe da noch keinen Kandidaten für den Kandidaten beim Händler aus. Naja, das ist ja der Kandidaten bei der Händler. Naja. Naja, da geht's noch nicht. Naja. Naja. Naja, da geht's noch mal hin. Da haben wir es schon gut geliefert, da haben wir es definitiv schön geliefert. Schau dir nicht an, in der Ecke läuft er, in der Ecke. Das ist auch ein Wahnsinn. Das ist auch ein Wahnsinn. Oh, fuck, lame. Nice. This is zoned. Oh, okay. Oh, okay. Schönes Tempo jetzt. Sehr, sehr schönes Tempo. Aber jetzt nicht zu schnell. Jetzt sind wir lieber auf Nummer sicher. Jetzt gehen wir lieber auf Nummer sicher. Safe. Besser ist, besser ist. Besser ist, lieber auf Nummer sicher jetzt. Und wir haben ihn. Perfekt, Alter. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Großschwert, schwarzer Pfeffer. Alles drum und dran. Aber leider nicht der Schlüssel. Okay. Ach, wir haben ja noch den Bibliotheksschlüssel. Das darf ich auch wieder nicht vergessen. Den einen Schlüssel haben wir auch wieder. Den darf ich auf alle Fälle nicht vergessen. Aber wir müssten jetzt, glaube ich, normalerweise jetzt wieder zurückgehen. Kann das sein? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Oh ja, ich glaube schon. Wir werden wieder zurückgehen müssen. Wir haben ja mehr als nur einen Schlüssel gekriegt. Also dementsprechend. Das wäre auch noch geil. Naja, Untergrundschlüssel aber noch gut. Lass sie jetzt mal so stehen. Stufenaufstieg. Stufenaufstieg. Gibst du Digi? Gibst du. Sieberne. Sieberne ist echt hart. Mit dem sind wir auch schon wieder fast fertig. Mit dem sind wir auch schon wieder fast fertig. Eieieiei. Aber. Aha. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Dass da ein bisschen was wieder weiter gegangen ist. Wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ja, jetzt machen wir mal mit dem Trank weiter. Ja, da muss ich auch ein bisschen aufwerten. Fix. Ja. Gleich mal bei jeder Kategorie und alles drum und dran. Wenn wir den komplett vollwertig haben. Dann hätte ich gesagt gehabt, werden wir den auch mal ausnutzen. Und einmal schauen wie der Trank so ist. Hätte ich jetzt beinahe gesagt gehabt. Einfach mal zu schauen. Okay, passt. Wie ist der Trank dann? Ist der Leihwand? Ist der der Knight Leihwand? Werden wir den eh sehen. Aber ich glaube das ist eher so ein Trank. Das. Du kriegst die Heilung nach einer gewissen Zeit immer erst zusammen. Das glaube ich eher. Das könnte mich aber wieder ein bisschen abfacken. Dieses. Ich krieg Heilung in der Zeit. Ich will jetzt Heilung. Und nicht in einer halben Stunde. Hahaha. Aber weißt du. Das ist ja das. Das ist ja das. Ich will meine Heilung jetzt aber nicht in einer Stunde oder irgendwas im Prinzip. Das ist. Das ist Abfack. Das ist dann wieder Abfack. Mal abwarten. Mal schauen. Werden wir eh sehen. Werden wir dann eh sehen. Werden wir dann eh sehen. Wie das da so ist. Mach die Punkte. Den auch sehen. Ich mach die jetzt wieder jeden. Ich mach die jetzt wieder jeden. Na wurscht. Ich muss aber sagen. Umso länger ich das Spiel spiele, umso geiler finde ich das Blocken. Umso geiler ist das Blocken irgendwie. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt schon mittlerweile ein Fan von Blocken geworden. Ich bin schon ein richtiger Fan. Gerade wenn dann so die Masse da so ein bisschen am Start ist und alles drum und dran. kann ich noch mal ein bisschen aufpassen. Wann sie es machen sollten muss. Irgendwo da ist auch noch einer. Ja. Es steht eh so. Es steht eh so. Es steht eh so. Er weiß eh schon Bescheid. Dass er jetzt nicht hinter dem Haar schießt. Er weiß eh schon Bescheid. Alles klar. Ja. Ich geh da jetzt 10 vor. Aber da jetzt noch mal durch. Welch Klan da ist. Oh. Ein ganz spezieller Haarer. Ein ganz ganz spezieller. Alles mit der Klaue, dass ich da nur für Biese zu schaffe. Wenigstens ein Biese ist. Wenigstens ein Biese ist. Warte. Das Biese ist da. Das ist für den Hörsch. Ja. Sicher, sicher. Ich muss sagen, jetzt ist es ja natürlich gratis. Das ist. Aber vielen vielen Dank für dieses Lob. Es läuft richtig gut in diesem Game. Ich muss sagen, für ein Spiel, was aktuell bei mir, wie ich es gerade gekriegt habe, gratis war. Oder was ich gerade gesehen habe im Store, dass es trotzdem 30 Euro kostet. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist es ein extrem faires Angebot. Weil, ich geh kurz nochmal rein in die Trophäen. Du hast neben Quest, du hast ungefähr 8 oder 10 Erinnerungsmissionen. Muss man ganz kurz schauen. Vielleicht sogar weniger. Kann auch sein Brief. Wie lange spiele ich jetzt schon? Wir haben jetzt schon mittlerweile 2 Stunden hinter uns. Ich bin bei der 3. Ich bin bei der 3. Erinnerung. Kann ich das jetzt gerade sehen? Wie viele Stunden? Ich glaube 8 oder 5. Ich weiß. Insgesamt gestreamt haben wir jetzt nur 4 Stunden oder? Nein, 5. Wurscht. Lade gerade irgendwie nicht. Internet? Passt eh noch? Ja, auch nicht einmal 1 Frame. Verpasst. Ich weiß auch nicht. Die Woche war ja wieder so eine richtige Hardcatastrophe mit dem Internet. Und jetzt so. Schau. Der Scheiß, der klartet ja nicht einmal. Aber Hauptsache der Stream läuft. Wo ich mir auch so denke. Aha. Da kann ja irgendwas nicht stimmen. Passt. 6 Stunden. Insgesamt haben wir jetzt ungefähr jetzt schon gezockt. Wir haben einen Boss. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10, 11, 12, 13. Mit alle Enden. Zeig noch ganz kurz her. Ist es reicher? Das macht ja vielleicht ein bisschen weniger. Zeig noch einmal her. Wie sieht das aus? Sagen wir mindestens du hast 5 große Dungeons. Mit diesen 5 großen Dungeons verbringst du mindestens einmal. 5 mal 2 ist 20. Hast du 20 Spielstunden. Es ist jetzt keine Hardcore-Triple-A-Produktion wo ich jetzt sagen muss. Das schaut abgeschleckt. Es fack aus. Pipi fein. Alles drum und dran. Ein paar kleine Kleinigkeiten könnte man noch verbessern. Beziehungsweise grafisch. 1, 4, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9 v. 5, 5, 6, 9.